Ich sammle Muscheln und gute Gedanken. Ich sammle Akkordeons. Ich sammle echt Akkordeons. Aber ich habe erst... Acht. Nix. Alles. Ich, alles. Meine Frau, alles. Ich versuche alles rauszuwerfen. Kerzenhalter. Das kannst du sofort antworten. Bücher. Viele Bücher. Architektur, Kunst. Tausende Bücher. Ich bin kein Sammler. Die Antonia sammelt alles. Blätter, Steine, Kastanien. Ich sammle Freunde.